Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Hearts of Stone und ich habe Plätze endlich rufen können, Plätze, alles ist gut. Und ich bin schon ein Stück weit vorgeritten, kann ich euch mal auf der Karte zeigen. Wir sind hier, wir müssen noch durch dieses kleine Dorf, hier waren wir noch nie. Und dann müssen wir hier nach links und da treffen wir auf den guten Olgiert. Und da wir in diesem Dorf noch nicht waren, Tode Rass, vielleicht passiert hier ja was. Wir die Hälfte, wir die Hälfte. Was ist hier los? Wie läuft's denn beim Klauen? Siehst du hier Monster, hä? Verpiss dich Hexer, wir brauchen dich hier nicht. Was? Ich sehe hier reichlich Monster. Ich sehe hier diverse Monster. Wo? Dremi, verdammt! Du bist blöder als ein Verschmalz! Er meint uns! Wir sind normale Leute! Du bist der beschissene Mutant hier! Auf ihn, Jungs! Ja! Oh, Level 4, wie süß! Guck mal hier! Zack! Zehn Erfahrungspunkte erhalten. So, jetzt ziehen wir zwar leider keine neuen Leute ein, aber naja. So, aufsteigen. Wo sind wir denn jetzt hingekommen? Sind wir gehen? Fahren wir, reiten wir jetzt in die richtige Richtung. Ah, jetzt haben wir hier auch ein, generell, Level 4. Wer reitet denn mit Level 4? Also, das muss ich mal, äh, äh, ganz klar sagen, dass die Aufteilung schon beim Grundspiel von The Witcher, die ist fragwürdig. Also, äh, äh, wo man mit Level 4 und wo man mit Level 3 und, äh, also das ist echt, äh, teilweise ein schlechter Witz. Aber okay, was weiß ich schon. Okay, wir hätten hier hinter uns schon reingemusst. Was da wohl passiert ist? Hm. Erstmal egal, wir wollen zu Olgiert. Und der sich auch wieder aufhält, ey. Arsch der, ey. So, einfach den Weg entlang. Ich bin gespannt. Welches Mysterium hier. Ist der in der Höhle? Tatsache. Plötze bleiben wir hier. Gucke da. Einen hat er direkt vor der Höhle erwischt. Neue Quest, Phantom der Handelsroute. Bin ich überhaupt mit Olgiert richtig? Was man, was ein Mann sieht. Trifft dich mit Olgiert beim Tempel von... Was ist das jetzt für eine Quest? Gucke ich mal. Haben wir noch eine... Haben wir noch eine... Wenn ich ein Finsternes... Falscher Verteidiger des Glaubens... Phantom der Handelsroute. Einen hat er direkt vor der Höhle. Jetzt war es wahrscheinlich noch nicht... Einen ist... Einen ist... Phantom der Handelsroute da... Der vermisste Bruder. Sprich mit Bruno. Ist der Tempel da oben? Nee, was ist der hier? Nein. Hm. Hm. Bei Krewe. Deine Augen leuchten so im Dunkeln. Ich dachte schon, die Echse kommt. Das Ding, das angegriffen hat. Wie groß war es? Zu groß, um sich hier rein zu quetschen. Es war riesig. Und diese Zähne. Oh. Wir sind mit knapper Not entkommen. Ob es die Kaufleute erwischt hat? Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt es drauf an, hier raus zu kommen. Kannst du helfen, Hexer? Ja, was ist denn wo passiert? Erzähl mir, was passiert ist. Ein paar Kaufleute haben uns angeheuert. Damit wir sie auf der Hauptstraße beschützen, hieß es. Aber sie hatten uns im Handumdrehen gefesselt wie Kälber. Wieso? Sie waren so freundlich, uns zu erklären, dass wir ein notwendiges Opfer für den Fortschritt und den Handel sind. So haben sie uns zurückgelassen. Als Monsterköder an den Wagen. Nicht lange darauf erschien eine riesige Echse, als hätte ihr Meister gepfiffen. Die Monster haben wohl inzwischen verstanden, dass die Armeevorräte diesen Weg nehmen. Ja, die Echse war gerissen. Hat uns direkt abgeschnitten und hier reinkriechen lassen. Der arme Tomil hat es nicht geschafft. Ja, wenn ich es finde. Ich muss mich um das Monster kümmern. Lange werde ich wohl nicht suchen müssen. Nein, Wüvern bringen ihre Beute gern zum Nest. Wir warten hier. Wollen dir nicht im Weg stehen. Ja, trotzdem bin ich... Nicht Glückspilz. Trotzdem bin ich irritiert. Oh, der hat mich mal angeschrieben. Aber ich kann jetzt nicht. Ein Erfahrungspunkt. Ja, immerhin. Ich glaube, der Tempel ist da oben. Trifft sich mir immer im Tempel von... Das muss, muss ja. Naja. Okay. Gucken wir mal, ob wir die Wüvern hier finden. Dann schlagen wir dir einmal den Kopf ab. Und dann ist es gut. Das ist ja... Das sollte ja nicht allzu lange dauern. Wenn wir schon mal hier sind. Dann haben wir wenigstens auch die ganze Höhle einmal durchkämmt. Obwohl, es geht hier gar nicht weiter in der Höhle. Oder... Okay. Uh. Was ist das für ein Licht? Aber von da komme ich, ne? Ja, von da komme ich. Oder? Wer weiß das schon. Und hoch mit dir, mein Freund. Jetzt sind wir oben. Monster Nest. Naja. Komm her. Oh, die haut trotzdem rein, ne? Wenn sie mal trifft, dann macht sie Schaden. Was ist das? Noch eine Wüvern. Vielleicht mal... Ich muss es zerstören. Ja, komm, schmeiß rein nach. Die haben die Leute nicht angegriffen. Hier muss ich irgendwo ein königlicher Wüvern verstecken. Da werden noch mehr Schlüpfen. Ich muss die Nester zerstören. Okay. Dass mir das entgangen ist. Na, okay. Ein königlicher Wüvern. Hm. So, so. Hier ist vielleicht auch gleich der Tempel irgendwo. Lass ich mal schauen. Ach, da ist noch ein Nest. Oh. Na, Level 5 Runde. Tja, jetzt bin ich ja wieder für eine Mission unterwegs, die ich gar... Ein Draconiden-Nest. Ich muss es zerstören. Das ist nicht die richtige Bombe. Ja, komm. Dann warten wir eine Stunde. Dann packt die Bombe rein. So. Uff. Quest aktualisiert. Ah, jetzt kommt er. Oder was? Oder wie? Oder wer? Ja, da ist er. Das war's schon. Ging ganz schnell. Oh. Wir waren Trophäe. Sehr gut. Der ist ja riesig. Wie heißt er nochmal? Königlicher Wüvern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen. Von den Reisenden auf dieser Straße. Wie nennt man dich, Meister? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. Ja, denke ich auch. Vor allem so nebenbei erledigt. So auf dem Weg. Ach, komm. Dann schneid ihn ab. So, jetzt ist Plätze auch da. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Tempel finden. So ist so. Das sollte die richtige Richtung sein. Ja, leicht nach rechts und runter. Also bei aller Liebe jetzt könnte er ein Bild. Wasser, man sind triftig mit Olgirat beim Tempel von Li... Liwani. Der ist hier nicht. Vielleicht hat sich das... Hier ist doch kein Tempel. Da oben auch nicht. Da geht's hoch. Hier sind Pilze. Da geht's raus. Hm. Strange. Also das ist... Ich wette ja fast, das ist ein Anzeigefehler. Ich mache mal... Das ist doch nicht der Tempel von Liwani. Der ist doch bestimmt hier irgendwo oben. Hier. Oder so. Irgendwas, was wie ein Tempel aussieht. Hier. Das könnte der Tempel von Liwani sein. Dann machen wir mal Quest. Neben Quest Milch und bla. So. Das wird mir da angezeigt. Ja, da waren wir ja auch schon mal. Gut. Was man sät. Trifft dich mit Olgirat. Ach, guck mal an. Mit Sharnys Hilfe gelang es Gerard, um mit Professor Schüttlock zu sprechen. Dieser hatte Olgirat schon früher bei seinen Versuchen unterstützt, den Pakt mit dem Blatt zu brechen. Schüttlock eröffnete Gerard, dass Odim hinter das Licht geführt werden könnte. Man müsse ihm nur... Professor Schüttlock brachte Gerard außerdem auf einen Gedanken, wie er Sharny retten könnte. Das hat er mich jetzt nicht, aber... Also, keine Ahnung, wo hier ein Tempel sein soll. Das ist echt strange. Hier ist kein Tempel. Es sei denn, der ist noch weiter unterirdisch. Unter, unter, unterirdisch. Hm. Ist das hier vielleicht noch... in den Berg? Das sieht doch mal nicht so aus. Nee. Ja, da bin ich jetzt auch, ehrlich gesagt, ganz schön überfragt. Gehen wir nochmal rein und machen unsere Sinne an. Ich glaube nicht, dass wir da was finden. Hier geht's raus und oben geht's raus. Das haben wir ja alles schon gesehen. Hier ist überall nichts. Hier geht's hoch, hier geht's hoch. Ah, guck, guck, guck da. Da geht es rein. Da geht es in den Tempel. Nee. Oder doch? Hohen Stein. Selberwaren. Ein paar Florenen. Immerhin. Naja, ist das ein Tempel? Das sieht auf jeden Fall schon mehr aus nach einem Tempel. Das hat er gespeichert. Ja, das ist ein Tempel. Aha. Sollte ich es wagen? Ich habe so das Gefühl, vielleicht sollte ich vorher mit Shani sprechen. Naja, gehen wir mal hin. Oh, jetzt ist es dunkel auf einmal. Einige Zeit später, okay. Seltsame Ortswahl. Es gibt wohl einen Grund dafür? Nicht meine Wahl. Es war nicht meine Wahl. Das dachte ich mir. Aber nun sind wir hier. Ich glaube, du hast etwas für mich. Ich habe den dritten Wunsch erfüllt. Woher soll ich wissen, dass das die Rose ist? Du könntest sie vor einer Stunde auf dem Ochsenfurter Markt gekauft haben. Sieh sie dir genau an. Ich habe sie von Iris. Sie war das Letzte, was Iris an diese Welt gebunden hat. Was? Was? Sie wollte dich so behandeln, wie du sie behandelt hast. Die Rose ist ein Symbol eures Abschieds. Und eine Bestrafung. Das habe ich wohl verdient. Iris. Wir haben alles ruiniert. Hätte ich nur geahnt, wie es enden würde. Was passiert hier? Das ist wie ein... Wie ein heißes Eisen... In der Brust. Sein Herz. Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Schön, dass es alle geschehen kann. Und von Everec? Hast du jetzt weniger Sorgen? Ein leichteres Herz? Oh, Dem. Was willst du? Was will ich wohl? Deine Seele. Nein. Dem Pakt nach kannst du sie nur haben, wenn du mir drei Wünsche erfüllt hast. Und wir... Und wir zusammen auf dem Mond stehen. Nun... Sieh mal einer an. Boah, die Wortwahl. Was? Nein. Wir... hatten einen Pakt. Der Mond ist da. Dort! Nicht... Hier! Du hast, was du wünschtest. Hier, auf dem Mond, erfüllst du unseren Pakt. Basta! Du hast betrogen. Ich betrüge nie. Euer Getäfung. Halt. Misch dich nicht ein, Hexer. Weißt du nicht mehr, was passiert, wenn man mich unterbricht? Du erfüllst doch Wünsche nicht. Erfülle meinen und lass ihn gehen. Er muss seine Schuld zahlen. Lass ihn gehen und ich zahle sie. Es ist meine. Du willst deine Seele für seine geben? Nein, aber wir können um sie spielen. Wenn du gewinnst, bekommst du meine Seele und Oldies. Wenn ich gewinne, lässt du uns gehen. Shit. Was für ein Spiel schlägst du vor? Gewinnt? Weiß nicht. Wir können wetten. Eine Herausforderung. Du weißt, dass ich gut darin bin, das Unmögliche zu schaffen. Du hast es gesehen. Hm. Also gut. Aber wir tun es auf meine Art. What the fuck? Da bin ich jetzt schon mal gespannt. Ach du Scheiße. Was ist los? Du wolltest spielen, also spielen wir. Ich erzähle dir ein Rätsel. Löse es und Olgert und du seid frei. Und wenn nicht? Dann machen wir eine wilde Sause zu dritt. Hattest du das nicht vorgeschlagen? Das Rätsel. Lass hören. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäb mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Was soll das denn sein? Sag du es mir. Was bin ich? Boah, das war eigentlich so... Ich würde sagen, liebe Leute, ich weiß, das ist super spannend. Aber wir machen hier einen Cut. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Und in der nächsten Folge lösen wir das Rätsel. Versprochen. Lass einen Daumen da. Bis dann. Main bleiben. Tschüss.